Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode BrawlHawler hier mit mir und dem Paul. Nicht dein Ernst. Wieso nicht dein Ernst? Wie ich nase. Es ist halt echt peinlich, dass da Wins Null steht. Weil beide den selben Rang haben. Du 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 du. Loading Screen, wir geben uns in den Loading Screen voll auf die Fresse, Bernd. Ja! Ja, ich habe ihn besiegt, wuhu! Wir geben uns trotzdem immer noch überzart in die Fresse. Übelzart in die Fresse! Ich werde schon langsam zum Pro-Spieler hier in dem Spiel. Ja, ja, gegen die Bots. Ja, gegen die Bots. Für die Glicks. Oh fuck. Oh fuck. Yay! So, Hauptsache wir haben Spaß beim Spielen, denke ich mal. Also alles nur für die Ehre. Ah, da kommt das Schwert, da kommt das Schwert. Juhu! Bam, 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 bam. Nein! Weißt du, dass du gerade keinen geschlagen hast, sondern nur ich. Ja, weiß ich. Natürlich. Dann mach nicht bam! Ne, es macht Spaß, bam zu sein. Oh, voll der Headbutter. Alter, hast du gesehen, wie wir gerade Teamwork machen? Mal ohne Spaß? Boah, das hat sich gerade angehabt, wie bei Pete Smith, der Move. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Hui! Hui, ui. Zum Thema Teamwork. Alter, die hauen mich mittlerweile echt schon hoch, ne? Oh. Somewhere over the rainbow fliege ich, weil die mich übel zart outplayen. Egal. Noch ein... Flucht! Noch ein Hit und ich bin... Oh! Wie kann ich das nerven? Wie geht das mit dem Controller? Hä? Alter, bin ich gerade gestorben? Ach so! Verpieseln sie sich? Bamba! Oh, fuck. Ach du, hä, wer ist jetzt gerade gestorben? Niemand aus dem Gegner-Team, nicht ich. Ich bin schon davor gestorben. Ah, nein! War gar nicht gestorben. Hallo, Bamba! Du Assi. Was? Du fliegst hier nicht raus. Bam! Verstehst du einfach? Bam! ins Gesicht. Bam, ne? Das musst du richtig knallen. So, bam. Oh, den haben wir voll auf den Kopf bekommen. Und schon wieder, Alter. Ah! Bamba! Och! Ja, Mann! So sieht das aus, wenn wir spielen. So und nicht schauen, was... Warst du das gerade, der rausgeflogen ist? Ja. Schande über deine Haut. Alter, noch können wir es halt wenigstens safen, weil ich meine, er hat schon ziemlich hart was abge... Komm, ja! Oh, Gott! Plane out! Ja, sehr gut! Sehr gut! Ja! Alter! Alter, wie er von der Kante abgeprallt ist. Das war nice. Ja, so bin ich auch abgeprallt. Bam! Oh! 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 Okay, gut. Oh, voll auf den Kopf, Junge. Voll auf den Kopf. Nein! Oh! Oh! Du konntest nicht sterben! Ja, ich... Ich gebe mein Bestes. Das solltest du wissen. Ich nehme jetzt hier mein Schwert. Dann gib dein Besseres! Oh! Hast du nicht gesehen? Hast du nicht gesehen, mich mein Besseres? Ja! Voll in die Fresse, Alter! Ja, ja, voll... Ja! Er rauf mich mit Handschellen ab! In dir! Oh, da bist du. Aber in die Fresse... Ja, weg damit! Hab ich dich umgebracht? Ja! Okay, ist egal. Oh, scheiße, einer ist da. Ja! 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 Oh! Okay, hier sehen wir eine Person mit einem. Oh, ist jetzt am schlauesten. Du hast aber eine große Lanze. Ja, ja. Hui! Oh, ich habe mir ein Biss gegeben. Oh! Nein, nicht schon wieder. Tschüss! Bitte nicht schon wieder. Nein, genau die Waffe! Jetzt habe ich keine Waffe. Hau ab! Okay, hau! Oh! Du bist halt langsamer als er. Du musst halt echt gut ausweichen. Autsch! Ja! Oh, ne! Eine Lanze! Alter, hättest du ihn damit jetzt... Wow! Er ist langsam... Langsam nennen wir uns der roten Phase. Unser erstes Rank! Easy go, nö! Natürlich ist das unser zweites, was wir gespielt haben und wir haben jetzt gewonnen. Also wir haben noch nicht so viele Ranks gespielt, wie ihr seht, das ist ja jetzt die Episode 2. Und damit, dass wir gewonnen haben, ein herzliches Dankeschön an alle, die zugeschaut haben. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge, weil das heißt Ranked by Bro in Valhalla. Und dann, das sieht jetzt gar nicht so sehr gren centuries. Und hier habe ich heute Virtum, da. Hah, na. Und z ita! Und zwar. Und dann? Und dann? Vielen Dank.